Ein jeder kennt die wunderbare Geschichte von dem Kind, welches in ferner Krippe geboren wurde. Aber dies ist nicht unsere Geschichte. Dies ist Monty Pythons, das Leben des Brian. Er wurde geboren im goldenen Zeitalter der römischen Herrschaft. Sind schon irgendwelche Kreuzigungen angesetzt? 139, ganz besondere Feierlichkeit. Es war die Zeit der Wundertaten. Ich war blind, nun kann ich wieder sehen. Freundlicher Überredungskunst. Und ruldvoller Besetzung. Aber jeder dachte eigentlich nur an das eine. Sex, 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 das ist alles, woran Sie denken. In jenen Tagen verstieß die Steinigung nicht gegen das Gesetz. Sie war gesetzt. Die Zeiten sahen ganz schön schlecht aus. Für das Volk von Jerusalem. Wir haben noch ein paar Kreuze übrig. Bis Brian in die Szene schwebte. Er war der geborene Führer. Brüder, Brüder, wir sollten zusammenringen. Das tun wir doch. Ein potenzieller Märtyrer. Was werden die mit mir machen? Oh, du kommst doch mit Kreuzigung davon. Kreuzigung sagst du? Ja, halb so wild. Er war Muttis ein und ein. Sie glauben, ich bin der Messias, Mama. Wir wollen den Messias. Es ist kein Messias in meiner Wohnung. Einen Haufen durcheinander, aber kein Messias. Jetzt ist es an Brian, eine verzweifelte Nation von den Qualen der Unterdrückung zu befreien. Recht gehabt, Jerusalem. Dies ist das Leben des Brian. Gerade wenn Sie an nichts Böses denken, kommt Monty Pythons. Das Leben des Brian. Er war nicht der Messias. Er war ein sehr ungezogener Junge. Was erleben Sie demnächst hier, in diesem lieben Kino? Ich bin nicht aus, wenn das aber nicht alles drin ist. Ich bin nicht der Moment. suscept